Contact World von New Voice Media integriert sich mit Salesforce, um so ihr CRM zu einer starken Sales-Maschine zu machen. So wird es einfache Anrufe zu tätigen, Beziehungen zu Geschäftskontakten persönlich zu gestalten und letztlich mehr Geschäfte abzuschließen. Sehen wir uns das mal an. Marc ist im Büro und meldet sich mit einem Klick in Salesforce und Contact World an. Das New Voice Media Contact Pad befindet sich direkt in der Salesforce-Oberfläche. Er kann gleich anfangen mit Kontakten zu sprechen und Meetings zu buchen. Durch das Contact Pad wählt er aus, mit welcher Telefonnummer er heute arbeitet, sei es sein Telefon auf dem Schreibtisch, sein Handy oder von zu Hause aus. Ganz praktisch, wenn man von zu Hause aus arbeitet oder man wetterbedingt nicht ins Büro kommt. Er sucht dann die Nummer aus, die seine Kontakte sehen. Das kann jede Nummer sein, die der Firma gehört, auch Handynummern. Wird eine lokale Rufnummer angezeigt, steigert das die Abnehmrate um bis zu 40%. Ist er bereit, geht's zu seinen Leads. Marc war letzte Woche auf einer großen Marketingveranstaltung. Er hat die Liste seiner Kontakte in Salesforce hochgeladen und heute geht es darum, diese Kontakte anzurufen. James steht ganz oben, aber bevor Marc anruft, stellt er einige Nachforschungen an. Marc sieht alle vorherigen Berührungspunkte mit James. Er sieht, dass dieser auf dem Event war und erst kürzlich von einem Teammitglied angerufen wurde. Er hört sich die Aufnahme des Anrufs an, die er direkt in Salesforce findet und macht sich Notizen. So gewinnt Marc wertvolle Erkenntnisse und kann sein Gespräch persönlich und bedeutsam gestalten. Jetzt ist Marc bereit. Durch Contact World wird jede Telefonnummer zu einem klickbaren Link. Einmal geklickt startet der Anruf, also keine Zeitverschwendung mehr beim Wählen. Leider geht James' Mailbox dran. Kein Problem. Marc hat extra für die Nachbereitung der Veranstaltung eine Voicemail aufgenommen. Diese setzt Marc einfach per Mausklick ab, während er den nächsten Anruf tätigt. Jede Aktivität wird automatisch protokolliert und aufgenommen, sodass Marc genau weiß, wie viele Anläufe er gemacht hat, um durchzukommen. Im Durchschnitt sind sieben oder acht Versuche nötig, bis man mit einem Kontakt spricht. Durch unser Gamification-Tool Motivate kann Contact World auch dabei helfen, dass Vertriebsinnendienstler sich stärker einbringen und das System bereitwilliger einsetzen. Marc hat Auszeichnungen dafür erhalten, dass er sein Anrufziel erreicht hat und die Datensätze aktualisiert. Aber Contact World ist nicht bloß ein Produktivitätstool für Ihre Vertriebler. Indem Sie die Daten auf einer einzigen Plattform vereinen, können Sie leicht und in Echtzeit wichtige Einsichten gewinnen und so große Verbesserungen in der Leistungskraft des Vertriebs antreiben. Diese Dashboards zeigen Marc's Produktivität und geben detaillierte Einsicht in das gesamte Team. Wenn er mit seinem Manager seine Leistungen bespricht, erhält er gutes und aufschlussreiches Feedback. So kann er sich schnell verbessern. Alles, was Marc's Manager wissen muss, ist nur ein Klick entfernt. Contact World for Sales entfernt die Grenzen, die das Vertriebsteam von dem abhält, was es am besten kann. Khalise Jäger . War刻ico C. W … . . .